Moin, hier ist Horst. Ja, ich bin jetzt hier in Wittenburg und ich wollte eigentlich nur Bescheid sagen für alle Model 3 Fahrer oder Besteller vielmehr, die jetzt ihr Model 3 dieses Jahr bekommen, dass jetzt auch in Wittenburg zwei Säulen mit CCS-Ladern ausgestattet worden sind. Also mehr wollte ich eigentlich nicht machen und sagen. Ich wollte nur Bescheid sagen. Also bis dann. Und so was ich vergessen habe. Über Wittenburg habe ich schon mit Dennis zusammen ein Video gedreht über diese Ladestation hier in Wittenburg. Das verlinke ich euch hier unten mal. Also gebt mir den Daumen hoch. Ihr könnt meinen Kanal abonnieren. Würde ich mich sehr darüber freuen. Also bis dann.